Wenn der Rhetorikmeister Gregor Gysi in einem 3 gegen 1 Wortgefecht bei Markus Lanz sitzt, dann können wir uns sicher sein. Das wird kommunikativ sehr spannend. So ist es auch. Ich zeige dir in diesem Video, wie er sich dort schlagfertig verteidigt. Wir sind in den 90er Jahren und ich kann wirklich nur sagen, das ist falsch. Und das ist eben auch eine Wiederholung des russischen Narrativs. Sie meinen, der Krieg gegen Serbien war völkerrechtsgemäß. Das ist ein vollkommen anderes Thema. Ganz spannend. Schau mal hier auf seine Mimik, vor allem auf seine Lippen. Völkerrechtsgemäß. Das ist ein vollkommen anderes Thema. Siehst du, dieses kurze Zucken, das zeigt, dass er diese Freude, dieses, man sieht es ja auch hier immer noch, dieses schelmische Grinsen, zu wissen, ja, er stellt hier eine Frage, die ihre Argumentation sehr ins Wanken bringt, die wirklich einschlägt und dieses schelmische Grinsen und diese Freude auch so ein bisschen zurückzuhalten, das sehen die hier. Also in einer Situation, wo die Frau Fischer, die rhetorisch auch sehr, sehr stark ist, ja, ihn quasi in die Defensive drängen will, gegen ihn argumentieren will, da eine Frage zu stellen, damit nutzt er diesen Grundsatz, wer fragt, der führt und bleibt damit in der Offensive und selbstsicher. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Also die NATO hat auch schon ganz oft zugesehen bei Völkermord, ohne einzugreifen. Auch da haben Sie recht, ich will auch die NATO nicht verteidigen, aber ich will nur sagen, dass der Vergleich, den Sie machen, dass der einfach nicht stimmt. Ich mache gar nicht den Vergleich, ich wollte auf was anderes hinauskrammen. Merkst du, wie entspannt er ist, wenn die anderen relativ, auch mit einer Stimme, ja, die aus dem Kehlkopf oder fast aus dem Kopfbereich kommt, ja, sprechen, ist er weiterhin in dieser Bauchtonalität, ist damit viel entspannter und gelassener? Und durch diesen Blickkontakt und diese leicht staccatoartige Kommunikation und diese Mini-Intra-Pausen, die er nutzt, baut er einen gewissen Sprechduktus auf, der die Leute zu ihm zieht. Wichtig, das ist aber jetzt nicht nur auf der kommunikativen Ebene so, sondern vor allem in seiner Persönlichkeit, so gelassen zu bleiben, in solchen Diskussionen, das ist Gold wert, viel mehr als nur die rhetorischen Techniken. Und die Briten, so wie das in Russland ja auch gerne behauptet wird, also auch hier übernehmen sie Teile des russischen Narrativs, Selenskyj und der ukrainischen Seite verboten hätten ein Bereit. Es ist ganz wichtig, auch mal hervorzuheben, nicht nur das, was er macht, sondern vor allem auch das, was er nicht macht. Und sie sagt hier, naja, sie wiederholen hier Teile des russischen Narrativs, er bleibt währenddessen ruhig sitzen, sagt, mhm, und ist da relativ ruhig. Natürlich gibt es Situationen, wo du rhetorisch einhaken musst, weil du Dinge nicht so im Raum stehen lassen kannst. Das Problem ist nur, man muss sich gut differenzieren zu den anderen Situationen, wie dieser jetzt zum Beispiel, wo andere Menschen, und das kennst du vielleicht aus Streitsituationen, etwas sagen, zum Beispiel, naja, du sagst ja auch immer das, das und das, oder du hast mir auch schon vorgeworfen, das, das und das, oder du machst ja auch nie XY, ja. Solche Sachen führen sehr schnell zu einer emotionalen Falle, und zwar, dass der Angreifer vielleicht will, dass du emotional wirst, dass du darauf reagierst und irgendwie schneller wirst, und dann bist du aber schon in die Falle getappt. In solchen Situationen sich nicht emotional triggern zu lassen, das hat mit den sechs Farben des Charisma, mit deiner inneren Stärke zu tun, ja, damit zu tun, wie du von deiner Persönlichkeit wirklich auch entspannt, selbstsicher, in Gruppendiskussionen beispielsweise sein kannst. Und das ist halt was, was nicht von heute auf morgen geht, das habe ich mit ihm auch in dem Interview, also mit meinem Interview mit Gregor Gysi besprochen, und da hat er gesagt, ja, ich hasse nicht zurück, und das heißt, dass er eine innere Gelassenheit und Selbstsicherheit hat, die man halt wirklich über persönliche innere Entwicklung und Erfahrung auch entwickelt. So was machen wir auch im Menschen. Nicht, dass Biden, Selenskyj, verboten hat, Friedensverhandlungen zu führen. Das habe ich ja nicht gesagt, dass er das verboten hat. Er war bloß mit dem Ergebnis nicht einverstanden, und ich weiß, wie Politiker denken und wie sie glauben, auch bestimmte Vorteile langfristig zu erzielen. Und übrigens mit dem Begriff Völkermord. Das ist spannend, zum einen hat er hier die Technik des Kontrastierens genutzt. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass du, 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 sondern ich habe gesagt, dass du, du, du. Ganz wichtig, um Dinge, die dir vielleicht unterstellt werden, auch sachlich klarzustellen. Und dann zweitens, das ist schon ganz oft so gewesen bei ihm, dadurch, dass er halt wirklich auch so viel Erfahrung hat, bringt er diese Hintergrundinfos ein. Ja, ich weiß ja, wie Politiker denken. Oder, ja, von meinen Quellen habe ich da so rausgehört, dass X oder Y, ja. Und das zeigt halt einfach, dass er tiefer in der Materie drin ist, was natürlich auch nochmal eine zusätzliche Glaubwürdigkeit ermittelt. Ich will nur sagen, wissen Sie, was der Biden gesagt hat, zur israelischen Regierung? Der hat gesagt, als die Türme durch Terroranschlag eingestürzt sind in den USA und es tausende Tote gab, haben wir viel Solidarität der Welt empfangen. Und durch die Art, wie wir den Terror bekämpft haben, mit Folter, Geheimgefängnissen etc., haben wir die ganze Solidarität kaputt gemacht. Und das fand ich einen klugen Satz. Das ist wirklich rhetorische Brillanz, sich Zitate zu nehmen, die die eigene Botschaft unterstreichen und die auch generell eine Art und Weise haben, anders über die Welt nachzudenken. Das passt bei den sechs Farben, vor allem zur Farbe der Inspiration, weil es diesen Denkrahmen so weitet, ja. Okay, ja, wir haben viel Solidarität damals bekommen und haben sie aber auch selbst zerstört. Das zeigt eine gewisse Selbstkritik, eine gewisse Reflexion von Joe Biden hier an der Stelle. Und das ist was, was ich dir auch sehr empfehlen kann, wirklich an den Dingen zu arbeiten, die dich interessieren und da auch wirklich so tief drin zu sein, dass du auch Inspirierendes hast und wenn die anderen Menschen dir Lebenszeit schenken, während du redest, dann auch deine Kommunikation so zu verbessern, dass du ihnen dann auch ein Geschenk machst, wenn du kommunizierst. Und wie gesagt, sechs Farben des Charisma, wenn dich das interessiert, wir linken dir gerne auch in der Beschreibung des Charisma-Mentoring, da kannst du dich weiter informieren. Wie oft haben Sie sich geirrt im Nachhinein mit der Einschätzung dieses Mandels? Erstens habe ich mich im Laufe meiner 76-Jährigen-Lebens schon des öfteren geirrt, im Unterschied zu Ihnen, halt. Nein, ich bin ja nicht so. Sondern also, und das Zweite ist, ich habe nicht geglaubt, dass Russland die Ukraine angreift. Ich habe gedacht, sie schrecken doch davor zurück. Das war ein Irrtum. Sie haben sie angegriffen. Es ist so spannend. Er hat hier in der Situation, wo eigentlich eine sehr geladene, eine sehr aggressive Frage von Markus Lanz kam. Und zwar, naja, wie oft haben sie sich denn schon konkretiert? Die meisten Leute würden voll auf diesen Frame eingehen und einfach nur kommunikativ verlieren in so einer Situation. Was macht er? Also zum einen humorvolles Statement, passt zur Farbe der Vitalität, ein bisschen Humor reinzubringen. Und damit auch so dieses Ding aufzuhängen, ja, also ich habe ja schon viele Fehler in meinem ganzen Leben gemacht. Es ist humorvoll gemeint, okay. Und dann aber, und das ist wirklich bemerkenswert, diese Fehler ganz offen einzugestehen und ganz offen darauf einzugehen, das erhöht natürlich seine Glaubwürdigkeit, wenn er sagt, okay, da habe ich mich getäuscht, da habe ich mich getäuscht, da habe ich mich getäuscht. Dann zeigt es, dass die, oder psychologisch gibt es dann eher mit, dass die anderen Aussagen dann auch mehr Tragkraft haben, die er hat. Weil er auch bereit ist, Fehler offen einzugestehen. Wirklich. Da denken viele, das ist eine rhetorische Schwäche. Nein, das ist es nicht. Wenn wir die gewinnen würden für den Fall als Vermittler... Das passiert doch gerade, die ganze Zeit reist Frau Baerbock, reist Herr Scholz, dort hin und spricht mit diesen Ländern, um sie davon zu überzeugen, dass sie auf Putin einwirken. Mein Gott, wenn wir die vier Länder gewinnen würden, als Vermittler zu wirken... Es ist einfach, die rhetorische Brillanz ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist diese enorme heitere Gelassenheit. Es fährt ihm einer voll rein und anstatt, oh nein, zu sagen, bleibt er einfach nonverbal bei seinem Muster, wiederholtes, körpersprachlich, und ist dann auch ein bisschen selbst amüsiert und sagt, ja, mein Gott, jetzt lassen Sie mich doch gerade ausreden. Da bin ich, oh mein Gott, und so weiter. Unglaublich gut, ja. Das ist das, was ich im Interview mit ihm auch besprochen habe. Ja, könnt ihr euch auf meinem Kanal auch anschauen. Das ist diese Ebene von innerer Gelassenheit, innerer Stabilität und innerer Selbstsicherheit, die in solchen Momenten einfach hundertmal mehr wirken, als nur irgendwelche kleinen Tricks. Das ist die Grundlage von allem. Deswegen arbeiten wir im Karis von Venturing dran. Wenn es dich interessiert, verlinke es dir in der Beschreibung. Ich wünsche dir ansonsten noch ein schönes, ein gesegnetes, ein frohes Osterwochenende. Alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.